So, Freunde, heute tauchen wir in die aufregende Welt des passiven Einkommens ein. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Finanzen, Investitionen und Möglichkeiten, wie du deine finanzielle Zukunft erfolgreich gestalten kannst. In diesem Video werden wir tief in die Welt des passiven Einkommens eintauchen. Aber bevor wir weitermachen, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke anzuschalten, um keine meiner zukünftigen Finanztipps und Strategien zu verpassen. Passives Einkommen ist ein Konzept, das die Art und Weise verändert, wie wir über Geld und Arbeit nachdenken. Im Wesentlichen handelt es sich um Geld, das du verdienst, ohne dass du aktiv und kontinuierlich dafür arbeiten musst. Es fließt regelmäßig in deine Tasche, oft sogar, wenn du schläfst oder Urlaub machst. Dieser Einkommensstrom wird durch deine vorherigen Investitionen, dein Geschäft oder andere aktive Anstrengungen initiiert, erfordert jedoch nicht die gleiche kontinuierliche Arbeitszeit wie ein herkömmlicher Job. Das Schaffen von passivem Einkommen erfordert kreative Ansätze und eine langfristige Denkweise. Hier sind einige bewährte Strategien, wie du passives Einkommen generieren kannst. Investieren in Dividendenaktien Investiere in Aktien von Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Diese Zahlungen werden in der Regel vierteljährlich geleistet und bieten eine Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. Du kannst deine Dividenden reinvestieren, um deinen Anlagen zu ermöglichen, exponentiell zu wachsen. Immobilieninvestitionen Der Kauf von Immobilien, sei es Wohn- oder Gewerbeimmobilien, kann Mieteinnahmen generieren. Du kannst auch in Real Estate Investment Trusts investieren, die in Immobilienprojekte investieren und einen Teil der Mieteinnahmen an die Anleger weitergeben. Online-Geschäfte und E-Commerce Starte ein Online-Geschäft, sei es ein Blog, ein YouTube-Kanal, ein E-Commerce-Shop oder eine Affiliate-Marketing-Website. Mit hochwertigem Inhalt und einem klaren Monetarisierungsplan kannst du im Laufe der Zeit passives Einkommen generieren. Peer-to-Peer-Kredite Plattformen für Peer-to-Peer-Kredite ermöglichen es dir, Geld an Einzelpersonen oder kleine Unternehmen zu verleihen und im Gegenzug Zinsen zu verdienen. Dies kann eine Möglichkeit sein, dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Erstellung von geistigem Eigentum Wenn du Fähigkeiten im Schreiben, Musik machen, Softwareentwicklung oder Grafikdesign hast, kannst du geistiges Eigentum erstellen und Lizenzgebühren von Nutzern oder Unternehmen erhalten, die es verwenden. Investieren in Investmentfonds und ETFs Investmentfonds und Exchange-Traded-Fonds, ETFs, ermöglichen es dir, in ein breites Portfolio von Vermögenswerten zu investieren, ohne Einzelaktien auswählen zu müssen. Diese Fonds können Dividenden oder Zinseinkommen generieren. Automatisierte Online-Geschäfte Erwäge den Aufbau von automatisierten Online-Geschäften, die wenig bis keine laufende Wartung erfordern. Dies kann von digitalen Produkten bis hin zu Dropshipping-Geschäften reichen. Lizenzierung von Technologien oder Patenten Wenn du innovative Technologien oder Patente besitzt, kannst du diese lizenzieren oder verkaufen und Lizenzgebühren oder Verkaufseinnahmen erzielen. Das Erzeugen passiven Einkommens kann eine lebensverändernde Entscheidung sein. Es öffnet die Tür zur finanziellen Freiheit, gibt dir mehr Kontrolle über dein Leben und ermöglicht es dir, deine Zeit für die Dinge zu verwenden, die dir wirklich wichtig sind. In dieser Schlussfolgerung möchten wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Verstehen des Konzepts Passives Einkommen bedeutet, Geld zu verdienen, ohne ständig dafür arbeiten zu müssen. Es erfordert anfangs Arbeit, Investition und Ausdauer, zahlt sich aber langfristig aus. Vielfalt der Möglichkeiten Es gibt viele Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzeugen, von Investitionen in Aktien und Immobilien, bis hin zur Schaffung von Online-Geschäften und der Lizenzierung von geistigem Eigentum. Die Wahl hängt von deinen Fähigkeiten und Interessen ab. Geduld und Ausdauer Der Aufbau passiver Einkommensströme erfordert Zeit. Du wirst nicht über Nacht reich, aber du wirst finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit erlangen, wenn du am Ball bleibst. Diversifikation Streue deine passiven Einkommensquellen, um Risiken zu minimieren. Eine Vielzahl von Einkommensströmen kann dich widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Veränderungen machen. Überwachung und Anpassung Halte deine Einkommensströme im Auge und passe deine Strategie an veränderte Bedingungen an. Kontinuierliche Anpassung ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Träume und Ziele Passives Einkommen ermöglicht es dir, deine finanziellen Ziele zu erreichen und das Leben zu führen, von dem du immer geträumt hast. Setze klare Ziele und arbeite darauf hin. Verdienst du schon passiv Geld? Schreib's mir in die Kommentare. Schreib's mir in die Kommentare.